Das ist groß, wir brauchen jetzt nur noch eine Sache, damit Krypto richtig ansteigt und diese Sache ist nur ein paar Tage entfernt und das hat mit der Zentralbank der USA zu tun. Und viele irren sich, weil sie auf eine Sache hereingefallen sind und das wurde schon vor einem Jahr geplant. Und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos haben wir vor über einem Jahr erfahren, dass die Zentralbank der USA, die FED, die Zinssätze senken wird. Warum ist das jetzt ein großes Ding? Das ist wegen des Geldes, wegen des Gelddrucken und so weiter. Die Idee ist, dass wenn sie die Zinssätze senken, die Preise für alle Vermögenswerte wieder steigen werden. Ähnlich wie Mitte bis Ende 2020 und 2021, als alles immer weiter hoch ging. Das war im Grunde genommen die allgemeine Idee. Wir hatten Informationen erhalten, dass es dieses Jahr vier Zinssenkungen geben würde und bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos haben wir im Grunde genommen null gesehen. Und die Neuigkeit jetzt ist, als ihr das Video vor etwa zwei Wochen verfolgt hattet, dass der Markt, alle Märkte, alles im Begriff war zusammenzubrechen. Die Idee ist, dass die Zentralbank der USA, die FED, gezwungen ist, die Zinssätze zu senken. Wir haben in den letzten drei Wochen von verschiedenen Banken gehört, dass die Zentralbank der USA, die FED, keine Wahl hat und die Zinssätze senken muss. Weil die Wirtschaft sich im freien Fall befindet und kaum Chancen auf eine Erholung hat. Es sei denn, etwas wird unternommen. Und davon gehen jetzt viele aus. Der verrückteste Teil ist jedoch, dass wir kürzlich gehört haben, dass die Zentralbank tatsächlich ein Problem erkannt hat. Im Juli hatten sich FED-Mitglieder getroffen und über die wirtschaftlichen Probleme der USA, die Weltwirtschaft, Inflation und Zinssätze, darüber haben sie diskutiert, alle diese langweiligen Dinge im Grunde genommen und sie kamen alle zu dem Schluss, dass die Zinssätze gesenkt werden sollten, aber haben alle dann dagegen gestimmt. Und das sind die eigentlichen Neuigkeiten. Alle bei der Zentralbank der USA, bei der FED, sind sich einig, dass es Zinssenkungen geben muss, sie stimmten aber dagegen ab. Und falls du davon die Bedeutung jetzt nicht verstehst, es geht darum, dass Menschen ihre Jobs und ihre Häuser verlieren. In den USA beispielsweise. Es gibt viele wirtschaftliche Probleme in den USA und nicht nur dort, auch in Deutschland beispielsweise, die seit einiger Zeit andauern. Und wenn wir die Nachrichten verfolgen, ist die aktuelle Spekulation immer noch, dass die Zentralbank der USA, die FED, die Zinssätze irgendwann im September senken muss oder senken sollte. Das habe ich auch schon mehrmals auf X, ehemals Twitter veröffentlicht. Und die nächsten wichtigen Termine, auf die wir unbedingt achten sollten, sind der 16. und 17. September 2024, an denen wir erwarten, beziehungsweise an denen viele erwarten, dass die Zentralbank der USA, die FED, definitiv die Zinssätze senken wird. Selbst in ihren letzten Gesprächen war sogar davon die Rede. Also das heißt, wenn jemand wie der Vorsitzende der Zentralbank der USA auf ein Podium steigt und über alles, was gerade passiert, spricht, war die Andeutung, dass sie in Erwägung ziehen, die Zinssätze um 0,25% im September zu senken. Wie wir das auch schon von verschiedenen Banken über die letzten Wochen gehört haben. Die mehr oder weniger wiederholt haben, war es die Zentralbank der USA, dass sie die Zinssätze mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal im Laufe dieses Jahres senken muss. Das heißt also mit mehreren Zinssenkungen auch im nächsten Jahr. Was natürlich für den Aktien- und Kryptomarkt, insbesondere für Bitcoin, absolut fantastisch wäre und natürlich auch für die Altcoins. Aber eines ist auch Fakt, wo wir gerade uns befinden, wo wir gerade stehen, wir befinden uns an einem wirklich seltsamen Scheideweg. Einige Leute haben und das zu Recht Wut und Unzufriedenheit auf den Zustand der Zentralbank der USA. Der FED geäußert, einfach weil diese Leute das Problem kannten, ein Problem, das sie selbst geschaffen hatten durch das unlimitierte Gelddrucken. Und sie wussten, dass sie nur eine Zinssenkung von 0,25% vornehmen müssten. Und viele Menschen in den USA und vielleicht sogar weltweit wären nicht in dieser aktuellen wirtschaftlichen Situation. Aber sie haben alle beschlossen, bei der Zentralbank der USA und anderen Zentralbanken es nicht zu tun. Und lieber ihren anderen reichen Freunden zu helfen. Und hier kommt der andere Teil. Es gibt auch Indikatoren von vielen Online-Analysten, die im Grunde genommen sagen, erinnerst du dich, als der Markt im August fiel und alles wirklich beängstigend aussah und dann wieder nach oben ging? Viele Analysten sagen jetzt, dass es immer noch eine 20-30%ige Chance gibt, dass die Zentralbank der USA im September beschließt, die Zinssätze überhaupt nicht zu senken. Die Idee dahinter ist nämlich, dass wenn wir weiter abgestürzt werden, dann hätten sie uns retten müssen, was auch erklärt, warum die Zentralbank der USA zu Beginn des Augusts nicht reagiert hat. Sie waren alle im Urlaub. Einem sechswöchigen Urlaub, von dem viele von ihnen wahrscheinlich immer noch nicht zurück sind. Also das Anzeichen ist, dass wenn die Preise weiter gefallen wären, ein Notfalltreffen notwendig gewesen wäre, aber da sich nach etwa 5 oder 6 Tagen die Preise langsam wieder erholten bzw. stiegen, weil wir unter anderem hörten, dass Japan dieses Jahr die Zinssätze nicht erhöhen wird und das billige Geld weiterhin fließen würde, bewegten sich die Märkte langsam wieder nach oben. Wir sehen auch, je nachdem an welchem Tag du den Markt beobachtest, dass der Kryptowährungsmarkt ebenfalls besser und besser aussieht. Typischerweise hören wir, dass September eine Zeit ist, in der die Märkte für Krypto und insbesondere für Bitcoin wieder nach oben gehen, wieder steigen. Und das ist über mehrere Jahre ein häufiges Thema gewesen. Falls du nicht hier warst, September und Oktober werden typischerweise als Monate bezeichnet, in denen das Geld steigt bzw. in denen der Markt steigt und das Geld in den Markt fließt. Und besonders nach dem Halving, nach dem Bitcoin-Halving, neigen September und Oktober dazu, der Beginn zu sein für den richtig großen Anstieg. Und falls du das vergessen hast, erinnere dich, ich habe dir gesagt, das Jahr nach dem Halving, das im März oder April stattfindet. Du gehst das ganze Jahr durch, dann kommst du zu dem nächsten Januar. Typischerweise sind wir dann wieder beim vorherigen Allzeithoch von dem Halving. Daher gibt es normalerweise einen Anstieg von 3 bis 4 Monaten im Markt, der etwa im September beginnt. Die Idee ist, dass bis wir zu Januar 2025 kommen, für diejenigen von euch, die die anderen Videos verpasst haben, die Preise viel, viel höher sein werden als heutzutage. Besonders wenn die Zentralbank der USA tatsächlich die Zinssätze senkt. Und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos gibt es natürlich keine Garantien dafür. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eines der seltsamsten Dinge, mit denen dieser Markt aktuell umgehen muss. Die Tatsache nämlich, dass es sogar eine einprozentige Chance gibt, dass die Zentralbank der USA die Zinssätze nicht im September senken könnte. Und das wäre echt verblüffend und würde sehr schlecht für den Markt sein, insbesondere für die Altcoins. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, wie viele andere auch, dass sie die Zinsen senken werden. Doch die Frage ist halt auch, wer von den Marionetten gewinnen soll. Also die Leute fordern Zinssenkungen im September, November und auch eine Notfallmaßnahme im Dezember. Die Zentralbank der USA hatte bereits im Juli jegliche Art von Zinssenkungen abgelehnt. Und es gibt Spekulationen aktuell, dass die erste Zinssenkung möglicherweise nur einen halben Punkt betragen könnte. Oder sogar noch weniger. Aber ich finde, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, denn sobald sie die Zinssätze senken, wird die Inflation weiter steigen. Das müssen sich viele bewusst machen. Und das ist das System, in dem wir uns gerade befinden. Und es gibt momentan keine andere Wahl, es sei denn, man möchte den aktuellen Status Quo weiter behalten, dass die Unternehmen weiterhin Menschen entlassen, dass die Arbeitslosenzahlen weiter steigen, dass Menschen keine Jobs haben, die Arbeitslosenzahlen steigen und die Wirtschaft einfach weiter abstürzt. Wir haben auch gehört von dem Typen, dem Chef der Zentralbank der USA, dass er sich wirklich keinen Kopf macht. Das ist ihm im Grunde genommen egal. Er hat das etwa vor vier oder fünf Monaten gesagt. Seine Hauptaufgabe ist die Integrität und die Stärke des US-Dollars und sicherzustellen, dass die Inflation nicht außer Kontrolle gerät. Und alles andere ist ihm im Grunde genommen einfach egal und naja, in der Geldpolitik, so wie er es gesagt hat, gefangen. Nochmal, alles andere ist anscheinend egal. Jedenfalls ist eine Sache Fakt, wir kommen der Sache immer näher, mit dem Treffen im September. Viele Leute erwarten, dass etwas passieren wird, beziehungsweise etwas passieren muss, dass die Zinsen gesenkt werden. Doch das Schlimmste für mich ist, dass diese Leute wissen, also die Zentralbank der USA, die Leute, die nicht gewählt werden, wo zwölf nicht gewählte Leute über die Finanzen, über das Geld von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen auf der Welt entscheiden. Und diese haben schon immer gewusst und auch beschlossen, nicht zu, ich will nicht sagen, die Menschen zu retten, das klingt ein bisschen zu dramatisch, aber du verstehst, was ich meine. Ihnen ist es im Grunde genommen egal. Und sollte es nicht im September passieren, das sollte uns auch bewusst sein, wird es definitiv kommen, denn wir befinden uns in einer Schuldenwirtschaft. Und wenn das dann kommt, dann gehen Bitcoin und Kryptowährungen und andere Vermögenswerte wie Aktien beispielsweise durch die Decke. Und das heißt, wir müssen, wenn das losgeht, darauf vorbereitet sein. Denn der Zeitraum, um dann durch Krypto uns finanzielle Freiheit aufzubauen, wird nur ein paar Wochen bzw. Monate sein. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Das Fenster wird nur kurze Zeit geöffnet sein. Also handle, lerne Krypto, lerne die wichtigen Dinge, um dir durch Krypto dann finanzielle Freiheit aufzubauen. Erfahre, in welche Kryptowährungen ich investiere und nimm auch an Krypto-Vorverkäufen teil, sodass du, wenn der Markt wieder dreht, 10x, 50x, 100x deines eingesetzten Kapitals machen kannst. Klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos, schau es dir an, es ist kostenlos. Mach mit, handle, denn der Markt wird wieder drehen, egal wie die Nachrichten aussehen. Es wird dazu kommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.